Bernhard Andreas, Inside Linebacker, Weinviertel Spartans. Meine aktive Football-Karriere begann 2009 bei den Danube Dragons in Wien. Nach einem Jahr aktiver Spielzeit, jedoch ohne Matcherfahrung, haben sich Thomas Pfarr und ich dazu entschlossen, die Weinviertel Spartans zu gründen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einigen Probetrainings haben wir 2011 die Anmeldung beim AFPÖ, dem österreichischen Footballverband, erfolgreich geschafft. Nach den drei erforderlichen Qualifikationsspielen, die vom AFPÖ vorgeschrieben sind, absolvierten wir unsere erste Saison 2012 in der Division 3 der Austrian Football League. Ganz nach dem Motto, aller Anfang ist schwer, haben wir unsere ersten sechs Spiele in der Regular Season in der Division 3 verloren, konnten jedoch in unserer zweiten Saison 2013 mit einigen Erfolgen auf drei Siege und drei Niederlagen aufstocken. Aufgrund der immer größeren Popularität von American Football in Österreich wurde 2015 die Division 4 gegründet. Die Vorjahresbilanz der Weinviertel Spartans ermöglichte es ihnen, in der Division 3 zu verbleiben, wo ebenfalls eine 3-3 Bilanz in der Saison 2015 erreicht werden konnte. Für 2016 haben wir uns als Ziel gesetzt, erstmals die Playoffs zu erreichen. Mit dem jetzigen Kader wird uns das gelingen. Hast du Lust, American Football hautnah mitzuerleben, kannst du am 1. April im Sportzentrum Mistelbach zum Tryout der Weinviertel Spartans kommen. Ob langjähriger Football-Fanatiker oder erst seit kurzem fasziniert, wir brauchen dich am Gameday. Als Fan, als Cheerleader, als Supporter, als Sponsor. Check unsere Termine auf der Homepage www.weinviertelspartans.at oder auf Facebook oder Twitter. Wer will? Spottas! Wer will? Spottas! Wer will? Spottas! Wer ist Spottas?